Wie immer hervorragend, Riragout nach dem Rezept von der Mooshammer-Liesl. Heutz ist gut in Erinnerung. Wie meinst du jetzt das? Ich mag nimmer. Was? Du magst nimmer? Was magst du nimmer? Schaut, ich geh auf die 90 zu. Und da kann's vielleicht sein, dass ich von heut auf morgen einfach das vorbei ist mit mir. Schaut, ich hab zu allem miteinander die Gelegenheit schon zumal zu üben, was die später braucht, wenn ich nimmer da bin. Ich zieg zum Mooshammer-Liesl. Was willst denn du bei der Mooshammerin in ihrer Senioren-Hippie-WG? Aber ohne dich funktioniert ja hier überhaupt nix. Am Ende bleibt dann alles an mir hängen. Echt Mama, spinn dich aus. Wir haben schließlich Weihnachten. Ich bin ab jetzt in der Rente. Mama, du kannst doch jetzt nicht einfach zu dieser depperten Mooshammer-Liesl ziehen. Und wer kocht? Und wer wäscht ab? Wer putzt? Ja, und wer macht Wäsch? Wir. 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 Ich lege mich doch einfach am Arsch.